Helene Fischer kassiert Seitenhieb, weil Lieder von Dieter Bohlen wie geisteskrank laufen. Schlagerstar Helene Fischer gehört zu den erfolgreichsten Musikern in Deutschland. Von Dieter Bohlen gab es nun aber trotzdem einen Seitenhieb. Lieder Bohlen ist im Showgeschäft ein alter Hase. Mit seiner früheren Cambo Modern Talking und Thomas Anders, holte der norddeutsche unzählige goldene Schallplatten und dessen Musik, wenn gleich manches Mal durch den Kakao gezogen, er freut sich weltweit offenbar nach wie vor einer großen Beliebtheit. Mit seinen nunmehr 70 Jahren denkt der Musikproduzent wohl nicht wirklich ans Zurücklehnen. Neben seiner Musiktätigkeit ist der gebürtige Niedersachse bei Deutschland sucht den Superstar, der ist der ist, als Chefjuror tätig, und auch sonst gibt Bohlen gerne mal Interviews. Dieter Bohlen, viermal so viele Streams wie Helene Fischer? Nun hat der Singer und Songwriter bei RTL-Exklusiv-Weekend über die Musik gesprochen, anlässlich seines 70. Geburtstags. Gegenüber dem Privatsender schwärmt Bohlen mitunter über die erfolgreichsten Hits seiner Laufbahn, Sherry Sherry Lady und Brother Louis. Die haben beide eine Viertelmilliarde Streams und die laufen wie geisteskrank, resümiert der 70-Jährige in dem Gespräch mit Moderatorin Frauke Ludowig. Dabei ließ er sich auch zu einem kleinen Seitenhieb gegen Helene Fischer hinreißen, denn der wohl bekannteste Einwohner von Tötensen, südlich von Hamburg, hat nicht nur in der deutschen Heimat Erfolg. In der Woche zum Beispiel, wo Helene auf eins gegangen ist, mit Atem los zusammen mit Shirin David, habe ich, glaube ich, viermal so viele Streams gehabt wie sie, führt Dieter Bohlen in dem RTL-Magazin, circa ab Minute 6 Uhr, aus. Bohlen schwärmt von zwei Songs, Streams weltweit und nicht nur in Deutschland. Die Frage, warum er es dann nicht hierzulande auf Platz 1 der Charts schaffte, beantwortete sich der schillernde TV-Intertainer gleich selbst, weil meine Streams natürlich weltweit sind und nicht nur in Deutschland. Alle weiteren seiner Stücke hätte sich der Familienvater laut eigener Aussage übrigens schenken können. Und wie fühlt sich der Prop-Titan, nachdem er in ein neues Lebensjahrzehnt getreten ist? So wie jung, nur in besser, lässt der umtriebige Senior wissen. Geht es nach den Genen, könnten dem früheren modernen Dukin-Gister noch einige Jahre bevorstehen? Bohlens Mutter steuert laut Sonne Mandita auf die 90 zu, sein Vater wird den Angaben zu Folge 96. Übrigens, Florian Silbereisen hat ein Helene Fischer-Tattoo, das im ZDF versteckt wird. Zu Florian Silbereisen gab es außerdem eine Ankündigung von Beatrice Egli, die viele Fans freut.